Hallihallohallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der Ehrengrad am Gras-Silage machen und es geht erstmal weiter, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben und werden das Gras in die BGA bringen. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir uns dennoch um unsere Felder kümmern. Da ist mittlerweile ordentlich Unkraut gewachsen und das brauchen wir natürlich nicht. So, es wird ein bisschen schwieriger, aber allzu viel liegt, glaube ich, auch gar nicht mehr hier. So, den Trecker mit dem Schwader haben wir noch stehen lassen, falls eventuell doch noch irgendwie was übersehen worden ist. Können wir da noch mal nacharbeiten. So, den schicken wir jetzt da hin. Und den da hin. Ähm, okay, der fährt erstmal auf die Straße. Und dann fährt er da querfeld ein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Letzis So, die anderen Wiesen sind noch nicht so weit, damit wir da mähen können. Als nächstes werden wir auch Heu machen. Würde ich mal sagen, so wir nehmen jetzt das da unten mit. So, ich bin ja, du bist so weit. Ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube hier muss ich nochmal mit dem Schwader lang hier unten, da liegt noch was. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ist euch gerade aufgefallen, wie schön die Vorderachse hier arbeitet, beim JCB. Gerade in der Schräge war sie schön verschränkt. So. Da bleibt kein Halm liegen. So. 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 So schnell abkippen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt will ich den da hinterher fahren lassen. Passt schon. Und dann werden wir den Rest da unten noch fertig machen. Und dann werden wir den Rest da unten noch fertig machen. Das sieht doch cool aus, wenn da Bewegung ist im Spiel. So, ich glaube, wir haben alles, oder? So, jetzt würde ich das Gras aber mitnehmen. Frisches Gras für die Kühe oder für die Schafe. So, ich glaube, wir haben die Kühe oder für 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 die Kühe. So, ich glaube, wir haben die Kühe oder für 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 die Kühe. So, ich glaube, wir haben die Kühe oder für die Kühe oder für die Kühe oder für die Kühe oder für die Kühe. Läuft. Perfekt, er kommt. Läuft. 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 wollen natürlich auch nichts. Was ich gerade noch so durch? Wir brauchen eigentlich was zum Unkraut bekämpfen. Und da haben wir meiner Meinung nach noch nichts auf dem Hof. Ach, das sind wieder Investitionen, die wir da tätigen müssen, die uns nicht unbedingt gefallen, weil wir wieder Geld ausgeben müssen. Aber es gibt was Neues, das ist natürlich auch nicht schlecht. Genau, am besten rufen wir mal den Händler noch an und schauen, was er da vielleicht... hat er ja was im Angebot. Ja, okay, hat nichts im Angebot. Dann wären wir hier bei Spritzen. 33 Meter Arbeitsbreite, das ist viel zu viel für unsere hügelige Landschaft hier. Das ist alles so 24 Meter, wir brauchen irgendwas. Wahrscheinlich wird es sowas werden. Wir werden mal noch schnökern, vielleicht hat er da noch irgendwo was versteckt. also wir werden noch mit ihm schauen und ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.